ja guten tag leute hier bin ich wieder mit ja gar nicht auf mit den unboxings deswegen ist direkt noch eins am start und dieses mal früher als ich es erwartet habe denn heute kam die post und hat mir ein spiel vorbeigebracht was erst in drei tagen rauskommt heute ist der vierte vierte dritte und das spiel kommt eigentlich erst am siebten dritten raus und da habe ich mir gedacht ziehe ich das vor weil am montag kommt noch was für die switch die habe ich zwar auch schon aber noch nicht ausgepackt weil ich habe einfach so viele sachen hier da komme ich gar nicht dazu und da habe ich gedacht ziehe ich das vor und fangen direkt mal an mal gucken ob ihr erratet was es ist ich habe nämlich nicht gedacht dass ich das heute schon bekommen aber zum glück steht es schon drauf aber überrascht euch selbst mal gucken dann mal gucken mal gucken und dann mal gucken ich will mal gucken mal gucken eine Verpackung, ich zeig es euch jetzt direkt an, es ist Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands in der Collectors Edition, die hab ich mir auch gegönnt, weil ich sehr verwundert, dass der Postbotol vorbei kam und mir das gebracht hat, aber hier ist es, zack, kommt das Spiel raus und hier oben liegt der Soundtrack mit 16 Tracks, der exklusive Game Soundtrack und hier kommt die Box wo tu ich die denn hin so so diese Collectors Edition und die For Honor Collectors Edition, die gab es nur offiziell im Ubisoft Store und hier steht, dass ich die Nummer 3755 von 9999 habe dann wurde hier also auf 10.000, äh auf 10.000, ja fast 10.000 limitiert, ich weiß nicht ob das nur für hier Europa oder Deutschland oder so gilt und ob es in Amerika genauso viel gibt, das weiß ich nicht aber ich bin einer der glücklichen die die bekommen hat Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Calavera Collectors Case und sobald ich weiß war dann noch so ein ist mir gar nicht schön drum, das war dann mal ab hier woher nicht zu früh aufmachen und soweit ich weiß ist in dem Case hier in der Box ein funktionierendes Headset mit dabei und das was für die Playstation mitgeschickt wurde dieses Standard Headset, das finde ich mega kacke und deswegen freue ich mich so auf das Headset aber machen wir mal zusammen auf tadaaa nicer shit genau und dazu ist auch dieser Kopf diese Kopfhalterung hier für die Playstation rein einmal 3,5mm Klinke und hier ist sogar noch ein Adapter, wenn man den für ich weiß nicht, für den PC oder so benutzen will ist ja Kopfhörer und Headset, damit das Headset auch funktioniert das offizielle Ghost Recon Headset mit dem ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann Totenkopf drauf mit dem Symbol und oben steht Ghost Recon Wildlands aber sieht bestimmt ein bisschen dämlich aus aber hallo nice gutes langes Kabel und Dänoselle und ja Totenkopf mit ganz vielen Symbolen also wie gesagt, das ist nur die Kopfhörerstütze, wenn man das Headset nicht an hat, damit man es auch gut ablegen kann hier hinten ist auch eine schöne Tasche drin ich hoffe ich kriege die gut raus mach ich mal so schön schön aus Stoff, eine Tasche ich weiß gar nicht was da drin ist vielleicht so eine Karte oder so wahrscheinlich von der mega großen Welt die Ubisoft da gemacht hat boah, geh auf so 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 sehr hochwertig hier steht wie man das Headset anschließt aber ist ja klar was denn da noch da ist einmal ach stumm schalten kann man auch und laut und leise drehen einfach das ist sehr praktisch hier steht auch dass man das einfach direkt ans an alle möglichen Geräte anschließen kann sogar ja an der Xbox an der Xbox aber ich besitze keine Xbox deswegen ist mir das egal ja hier ist die Spielkarte Bolivien Bolivien hit the drugs hit the money hit the king steht ja nicht nur auf soll ja eine sehr übertriebene Karte sein ich meine ich hab die Beta wieder gespielt muss sagen ähm das Spiel würde ich als ok einstufen aber auch nur weil ich mit Partnern gespielt habe die äh also die KI waren und die fand ich haben nicht so gut reagiert wie sie hätte reagieren sollen finden oder müssten und ich glaube wenn man halt drei Buddys hat mit denen man das noch spielt wird das um einiges geiler äh weil man sich da viel viel besser absprechen kann in der Beta war es so irgendwie dass die dass die künstliche Intelligenz nicht äh nie mitgekommen ist auf dem Weg und äh immer nur auf einem Haufen hing irgendwie das war ein bisschen komisch deswegen hoffe ich ein paar Kumpels von mir an zu hauen die sich das einfach auch holen damit wir das einfach zusammen zocken können mit dabei war noch zu der Karte ein Brief hier in Briefform Tom Clancy Ghost Recon Wildlands steht drauf schön aufgemacht wie so eine Postkarte mal gucken was drin ist ist das zugeklebt ach das sind so Artbooks Postkarten drei Postkarten sind dabei die zeige ich euch aber gleich einfach wieder im Closeup wie gewohnt ja das war das Spiel also die Collectors Edition das Spiel kommt mit in der Gold Edition das heißt da ist ein Season Pass mit dabei der beinhaltet zwei große Erweiterungen mit 30 Missionen Narko Road nimmt man an verrückten Gangrennen teil und Fallen Ghosts stellt sich einer tödlichen Spezialeinheit und in der Gold Edition kriegt man halt eine Woche früher Zugang dafür ebenfalls mit drin ist das Deluxe Paket also ein Jäger Ausrüstungspaket ich glaube das ist hier so ein Kostüm so ein Anziehstuff ein Jägergewehr und ein Jägermotorrad plus Anpassungsobjekte und ein EP Booster das heißt hier kann man natürlich auch aufleveln und ja bin mal gespannt ich finde das Spiel kann man sehr gut mit CD Vision vergleichen nur um einiges größer um einiges ich sag mal realistischer weil bei CD Vision war ja du schießt 5 Millionen Patronen auf einen Typen drauf der einfach nicht tot geht und hier ist das halt ein bisschen realistischer dass er vielleicht 1-3 Kugeln braucht kommt auf die Waffe an oder so und du kannst halt Autos fahren und Helikopter fliegen und mit dem Fallschirm ausspringen und so und ja abwechslungsreicher von der Map her die Vision sah zwar geil aus aber immer dieses Schnee-Gedriss ging einem finde ich später doch auf den Sack und hier hast du wirklich Sumpf Wüste Städte und ganz viel anderes Schnee hat man glaube ich auch wenn man hoch genug auf den Berg geht aber alles schön so Tropen mäßig dann auch noch dazu da bin ich mal gespannt was Ubisoft hier bereitgestellt hat so kurz und knackig jetzt kommen die Close-Ups viel Spaß und danke fürs Zusehen ähm ja Peace out so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020